Halt, stopp, falsche Einstellungen, Wetter ändern. Herzlich willkommen bei den Möbelmachern im Nürnberger Land, hier direkt neben Herzruck. Wir möchten Sie in diesen Newsletter Nummer 90 einladen zu unserem Jubiläum, zum 25-jährigen Jubiläum, das vom 14. bis 16. Juni hier in Untergrumbach stattfindet. Wir haben natürlich zwei Tage der offenen Tür, am Samstag und Sonntag mit Live-Schreinern und jede Menge Aktionen in der Ausstellung. Und wir haben aber auch ein tolles Abendprogramm. Am Freitagabend, 14. Juni, kommt Dennis Scheck, den Sie von der ARD, der Sendung Druckfrisch, kennen. Ein auf Buchlänge aufgeblähtes Gedankenspiel, literarisch dünn, politisch naiv und vor allem von einer grausamen Holzhammer-Didaktik durchdrungen. Dieser Roman hört genau da auf, wo Literatur anfangen müsste. Er hat gerade den Bayerischen Fernsehpreis gewonnen und er wird den Abend gestalten zusammen mit der Swingband The Lady and the Tramps. Am Samstag kommt Holger Holber, unser gemeinsamer Freund und Abenteurer, der gerade mit dem Film Gäge des Augenblicks in den Kinos ist. Und er wird einen Vortrag halten, der auch die Zusammenhänge zu unserer Extremsportvergangenheit zeigt. Und am Sonntag spielt das Collegium Musicum, humorvoll moderiert von Richard Siebenbürger. Sollten Sie ihn den Geglers kriegen. Wenn Sie Lust hätten, könnten Sie uns noch Kommentare, Wünsche, Sprüche zu einem Foto hinzufügen. Dann würden wir das im Internet oder, wenn Sie wollen, auch in der Asburger Zeitung veröffentlichen. Da würden Sie uns einen großen Gefallen tun. Kommen Sie zwischen dem 14. und 16. Juni zu uns, Sie sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Aufgewachsen ist der begeisterte Hobbykoch und Italien-Fan im Nürnberger Stadtteil Schweinau. Der Familienmensch Mali ist tiefer wurzelt in seiner Heimatstadt und bezeichnet sich selbst als überzeugten Kommunalpolitiker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017